Wir sehen uns dieses Wochenende zum ersten Mal Kinder an. Vielleicht bin ich noch nicht so weit, ein Kind zu adoptieren. Es ist bestimmt keine leichte Entscheidung zu adoptieren. Mein Name ist Esther. Wieso gehst du nicht runter zur Party? Ich glaube, das ist nicht so meine Sache. Ich schätze, ich bin eben anders. Sie ist wirklich ein außergewöhnliches kleines Mädchen. Sie ist unheimlich intelligent. Sie ist sehr reif wie ihr Alter. Ist das euer Haus? Jetzt ist es auch dein Haus. Esther? Ich fürchte, dass mit Esther etwas nicht stimmen könnte. Sie zieht Schwierigkeiten quasi an. Was denn für Schwierigkeiten? Mom! Ist alles in Ordnung? Max? Was ist nun los mit dir? Ich glaube, Mami mag mich nicht besonders. Wieso haben Sie keine Unterlagen über Ihren Aufenthalt? Ich schneide dir deinen haarlosen kleinen Pimmel ab, bevor du auch nur weißt, wozu der gut ist. Mom! Esther! Esther ist ein wirklich schüchternes, reserviertes, sensibles, kleines Mädchen. Sie braucht nur Verständnis und Geduld. Sie ist jetzt im Himmel. Sie ist jetzt im Himmel.